Ah, nein, wir müssen jetzt wahrscheinlich hoch, ja, du bist genauso gut, wie ich. Das mit dem Rennen, das packt auch ganz schön rum. Ja, das kenne ich von so schlechten Servern, aber oh. Ach man. Was ist da? Nein, oh Mann, nee. Okay, sieht so aus, als müssen wir den hier töten. Komm einfach her. Du kannst ja hier einfach hoch, ne? Da. Ja, äh. Na, komm. Und jetzt, ah, das brennt jetzt hier weg, das brennt hier weg, weil ich den Zombie getötet habe, das ist ja toll und was, bäh. Okay. Da kam dann wohl das Feuer. So. Oh, you're halfway there. Here's a tip for the next part. Try to snipe off Emrys from afar to avoid any contact. Ah, da ist noch ein Bogen. Okay, und jetzt. Monster. Wo? Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie runter. Okay, hier ist eine Treppe. Shit. Böder Sniper. So, jetzt. Hier, Archer Hero. Bam. Boah, ich dachte schon, da kommt noch was. Oh, geschafft. Wenn man da versäuft. Ah, gut. Ah, Labyrinth. Yay. Dass sowas in so einer Map richtig schön verpackt aussieht. Sonst nervt sowas ja nur. Okay, so schwer ist das gerade gar nicht mit dem Labyrinth. Oh, ich sehe jetzt, wenn Minecrafts rumfahren. Naja, komm. Können die vielleicht ausschießen? Ups, sorry, wir haben ja was gelernt. Hey, die muss man ja mit vollem Hammer hier treffen. Hallo. Oh, diesmal hast du ihn getroffen. Ja. Und jetzt? So, und jetzt irgendwas passiert, aber was? Hm. Nein, jetzt nicht. Oh. Das war ich nicht. Hier geht's lang. Ja, das hat sich geöffnet. Ah, warte kurz. Wow, not bad for new recruits. I think you'll make fine soldiers. Well, you two look pretty tired, so why don't you go relax in your rooms? I'll inform Sergeant Parker on your excellent performance. Oh ja, wir waren sehr toll. Like a boss. Ah, okay, da waren wir schon. Müssen wir jetzt... Ach, wir sollen in unseren Räumen relaxen, ne? Hat er gesagt. Ja. Ah, aber Sergeant Parker's Office ist offen. Gehen wir da rein. Ah, okay. Können wir eigentlich direkt reingehen. Sergeant Parker's Secret Supplies. Stimmt. Oh, goldenes Schwert. Goldenes Schwert mit Haltbarkeit 3. Ähm, Potion of Fire Resistance. Sehr schön. Hallo, Sergeant Parker. Hoho. No, did you know, fire charges can be used to light nether portals once and once only? Was? Fire charges. Hast du das? Komm mal her. Aber nicht werfen, nicht werfen. Nicht werfen. Gibt es her? Warum? Ach so. Ja, ich dachte das nicht. Warte kurz. It's the story so far und rules. Nochmal. Your father was... Hä? Ach nee, my diary. By Sergeant Parker. Ah. Sergeant Parker hat ein Takerbuch geschrieben. First day on... Ähm, siebter... Elfter, siebter, zweitusenachtzehn. First day on the job. It's lucky I was able to get his... This postition. After what I did. Well, I found an old abandoned sewage pipe under the fountain. I wonder if I could convert it into something useful. Warte, after what I did, kann sein dass der unseren Vater getötet hat. Two new recruits past basic training this morning. Lieutenant Barker tells me that they did well on the assault course. Anyway, the factory is up and running. I just need to make one more trip to the nether and it will all be complete. Okay, jetzt müssen wir zu... Ah, nether. Zündet das mal an. Äh, achso, mit der Feuerkugel. Ja. Moment, ich hab grad wieder... Ah, Minecraft... Sekundenlag. Wie immer so jetzt. Naja. Geht wahrscheinlich nicht so, sondern... Oh, hab ich die weggebrochen. Ich würde einen Rechtsklick machen. Äh, der Server backt ein bisschen rum. Nein. Achievement. Okay. Äh, hier sind Druckplatten. Was hat das zu bedeuten? Wahrscheinlich unsere Ankunft vorbereiten. Stimmt. Okay, da ist eine rumbackende Blaze. Oh, da ist auf jeden Fall eine netherfestung. Da ist eine Blaze. Die. Ach ne, das ist ein Spawner. Shit, das ist ein Spawner. Uah. Uah. Wir müssen sie umbringen. Oh, scheiße. Nein. Nein, nein. Ah, Fire Resistance schnell. Nein. Zu spät. Warte, ich komm schnell wieder in den nether. Ich hab ja geblendet. Du bist bei mir grad die ganze Zeit im nether. Ich? Lol. Ich bin abgestorben. Dann ist das wirklich ein bisschen verbuggt. Ja. Ja. Jetzt brenn ich auf einmal. Ja, du musst die Fire Resistance schlürfen. Jetzt brenn ich aber nicht mehr. Ist ja gut. Warte, ich lock mich nochmal aus und wieder rein. Das packt hier grad alles ein bisschen rum. You got it. Die. So. Piu. Ach, schön. Ich bin tot. Ach. Du kannst dich gar nicht. Kannst dich ja mal zu mir porten. Nein, du bist nicht tot. Ach, ich könnte ja mal meine Sachen wieder anziehen. Lol. Essen hilft. Ja. Ah, scheiße. Ich hatte wirklich, hat eigentlich volles Herz. Blöde Blazeflats. Ich halte sie dir vom Leib. Oh. Ii. Was geht denn da ab? Äh. Überall Monster. Kann ich den auch töten? Au. Ne, wir müssen einfach ganz schnell zur Netherfestung. Böser Gas. Ach, der Gas verschwindet. Hallo. Nein, töten wir einfach nicht die Schweine. Schweinepriester, wo bist du? Äh, ich bin tot. Ah, okay. Ich komme jetzt nochmal rein. Hallo. Ja, und ich falle und ich falle. Hallo, ich hab dich grad zu mir geportet, lol. Also, nächstes Mal müssen wir das. Äh, ich falle, aber gerade. Last words? Having killed Sergeant Parker, he dropped a bloodied note. Was? I knew you'd come after me. You have your father's eyes. He was a good man. I proposed my idea of world domination to him, but he turned it down. Together we could have ruled the world. It's ironic how your father couldn't kill me, but you could. You and me, we could have been great together. But, Alice, you are too much like your father. And now my iron army will bring chaos to this world, and there's nothing you can do to stop. Nein. Die letzten Worte von Sergeant Parker. Er hat meinen Vater getötet, wie ich es mir schon gedacht habe. Naja, komm, wir dürfen gleich wieder aus dem Mether raus. Dann kannst du nur nochmal zu mir kommen. Ich wollte meine scheiß Sachen holen. Und dann kam da so ein Viech an, was ich mal wieder nicht gesehen habe, weil hier irgendwie alles immer still steht. So. Du kannst mich nicht in Nether porten. Du bringst mich eigentlich nur um. Ach, ich weiß, ich bin nicht mehr im Mether. Okay. Das waren die letzten Worte. War's das schon? Ach, nein. Where have you two been? Some... Bist du da? Bei mir? Naja. Where have you been? Some... Ah, so. Some iron monsters have devastated the compound. Anyways, you... You guys look tired. You better rest up and then investigate. Oh, and I left you a little gift in the chest in your rooms. While you rest, I'll try and clear this debris. Lieutenant Barker. Oh, oh. Reservative recruits. Huh? Okay. Only take one row of items from the chest. Ich hab so das Gefühl, dass wir hier in einem anderen, ähm, gelandet sind als davor. Warte mal ganz kurz. Okay, ey, cool. Sergeant Barker's Secrets. Hast du das Zeug aus meiner Kiste auch schon rausgenommen, oder? Nein. Hier. Hier. Das sind einfach genug Sachen. Also, ich... Ich muss jetzt... Ja, ja. Ich muss jetzt leider aufhören. Ähm, wir können dann sozusagen den Bosskampf gegen die Golem-Armee des bösen, ähm, Sergeant Porker nächstes Mal bestreiten. Bis dann. Tschüss. Jawohl. Ciao. 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 .